Wenn ein Prosa-Schriftsteller genug davon versteht, worüber er schreibt, so soll er aussparen, was ihm klar ist. Wenn der Schriftsteller nur aufrichtig genug schreibt, wird der Leser das Ausgelassene genauso stark empfinden, als hätte der Autor es zu Papier gebracht. Von wem ist das? Das sind Worte von Ernest Hemingway, der davon überzeugt war, dass bei einer Erzählung ein Achtel über der Oberfläche zu sehen sein soll. Also die Spitze des Eisbergs, dieses berühmte Eisbergprinzip und der Rest, alles was da an Unausgesprochenem unter der Oberfläche brodelt, das wird auch dann oder gerade dann spürbar, wenn man es nicht expliziert, wenn man es nur in der Andeutung belässt und vielleicht auf dessen Existenz hinweist. Und ich glaube, ein solcher Autor ist auch Tayai Vessos, ein Autor der Weglassung, der Suggestionen. Deshalb erzeugt er auch immer so intensive, dichte Atmosphären, Stimmungen, weil man als Leser mit jeder Faser spürt, was da noch verborgen liegt, was da zum Beispiel an Zwischenmenschlichem auf der Strecke bleibt oder unterdrückt wird. Entsprechend karg ist sein Stil, verknappt, aber das ist seine Poetik und ich liebe sie. Wenn man ohnehin sagt, ein Autor ist dann gut, wenn man, egal welche Seite man aufschlägt, einen charakteristischen, unverwechselbaren, individuellen Stil vorfindet, dann ist Tayai Vessos, der norwegische Schriftsteller, ein einmaliger Autor mit einer einmaligen Sprache. Ich habe beide Vorgängerbücher von Tayai Vessos, die auch im Googles Verlag erschienen waren, damals gelesen. Das war zum einen das Eisschloss in Prag damals, warum auch immer, fragt mich nicht. Dieses Buch erzählt die Geschichte zweier elfjähriger Mädchen. Und das andere waren dann die Vögel. Eine ganz große Wiederentdeckung. Das Buch ist, ich glaube, von 1957. Eine wundersame Norwegenlektüre. Ich hatte das Buch mitgenommen während meiner Fahrradreise in Skandinavien. Ich muss euch leider beichten, mir ist, weil es während einer Nacht gewittert hat, irgendwann Feuchtigkeit in dieses Buch eingedrungen. Ich hatte den Rucksack nicht mit ins Zelt genommen und ich konnte das Buch nicht auf die Schnelle trocknen, sodass es mir verschimmelt ist. Aber ich werde mir ohnehin irgendwann mal eine neue Ausgabe besorgen. Also der langen Rede kurzer Sinn. Ich bin schon auf Tuchfühlung gegangen mit diesem Autor. Ich wusste, was mich erwartet, was ich erwarten darf und wurde trotzdem nicht enttäuscht. Also worum geht's? Ich halte das Buch mal in die Kamera. Das ist frisch erschienen im Googles Verlag in der Neuübersetzung von Hinrich Schmidt Henkel, wie auch die vorangegangenen Bücher von Vessos. Der Keim. Wir sind hier auf einer Insel, die nicht namentlich benannt wird. Wir wissen auch nicht, wo genau sie sich befindet, aber sie ist ausgesprochen reich an Obstbäumen, grün, satt, fruchtbar. Auch den Menschen dort geht es eigentlich ganz gut. Das ist eine ganz friedliche, eingeschworene Gemeinschaft, so eine Art Minikosmos, weil man ja auch abgeschottet ist vom Festland. Und es gibt dort einen besonders schönen, großen Hof mit einer riesigen roten Scheune, Obstplantagen, Schweinestellen. Das ist der zentrale Schauplatz des Romans. Beschrieben wird eigentlich nur ein einzelner Tag und eine Nacht. Ein besonders warmer, fast schwüler Tag, an dem wenig gearbeitet wird. Es wird Siesta gemacht, manch einer gönnt sich eine Pause. Und in dieses Idyll, wo man auch schon merkt, es liegt was in der Luft, das drohende Unheil, das kündigt sich schon an, es vibriert in der Luft. Und in dieses Idyll platzt irgendwann ein Mann herein. Der lässt sich per Boot auf die Insel bringen und man weiß nicht genau, was er dort zu suchen hat. Er streift umher, wird offenbar angelockt von der Natur. Er macht einen auf die Inselbewohner, die er trifft, einen sehr seltsamen, auch faszinierenden, aber merkwürdigen Eindruck. Irgendwas stimmt mit dem nicht und keiner weiß, was er hier zu suchen hat. Dieser Mann, Andreas West heißt, er wird zum Mörder, tötet ein 17-jähriges Mädchen und daraufhin beginnt eine Hetzjagd auf ihn, bei der jeder Inselbewohner oder fast jeder mitmacht. Angetrieben werden sie von dem Bruder des ermordeten Mädchens, der, als er da diesen Leichnam seiner Schwester sieht, rot sieht, diesen Mann sofort tot sehen möchte, alle Stricke sind bei ihm gerissen. Und naja, das Problem ist, wenn man ein Verbrechen auf einer solchen Insel begeht, kann man nicht so leicht verschwinden. Und diese Szene zu lesen war grausig, weil die aggressive Gruppendynamik, die da in der Luft schwelt, die sich wie ein Lauffeuer ausbreitet, jeden ansteckt, ja geradezu körperlich auf mich abgefärbt hat. Das war ein ganz intensives Erleben, Miterleben. Und das ganze Ende dann unweigerlich, könnte man sagen, mit dem Tod dieses Mannes. Er wird regelrecht geopfert von dieser Masse, von der Meute und dann wachen sie auf aus ihrer Vernebelung und sehen da diesen toten, blutenden Körper vor sich, wissen, sie haben eine Schuld auf sich geladen, mit der sie irgendwie leben müssen. Und gleichzeitig sind sie nicht stark genug. Sie suchen sich direkt einen Sündenbock, wofür natürlich direkt der Bruder herhalten muss. Man leugnet, dass man überhaupt dabei war, dass man mitschuldig ist, weil man ja sich doch an der Verfolgung mitbeteiligt hat. Und man ist nicht aufrichtig gegenüber sich und den anderen, man verschweigt Dinge. Und das sind natürlich alles brisante Fragen. Ab wann beginnt Schuld? Darf man einen Mord auf diese Weise vergelten? Offenbar war der Typ nicht bei Verstand, das hat man ihm angesehen. Und wenn man es doch getan hat, wie lebt man dann mit dieser Schuld? Wie weiter? Und der Keim, heißt ja auch im Original, Kiemen, also ist eine akkurate Übersetzung, kann, glaube ich, in zwei Richtungen gedeutet werden. Also einmal oder entweder ist gemeint der Keim des Bösen, der Spross des Bösen, der in uns allen Menschen angelegt ist. Im Menschen schlummert etwas Grauenvolles, etwas Animalisches, das jederzeit eruptieren kann, so wie die Schweine ganz am Anfang. Das muss ich erklären. Der Auftakt ist eine Szene, wo zwei Schweine beschrieben werden, die ganz friedlich, grunzend in der Sonne dösen. Zwei Muttersäue, die gerade einen Dutzend Ferkel geworfen haben, die plötzlich von einem Moment auf den anderen wahnsinnig werden. Durchdrehen einander, die Köpfe einschlagen, einander die Haut aufschlitzen und am Ende elendig krepieren. Es gibt dann da so die schöne Formulierung, sie haben einen Abgrund in ihrer Stirn. Und so eben auch die Menschen. Auch die Menschen haben einen Abgrund in ihrer Stirn. Das erinnert dann vielleicht an so Klassiker wie Herr der Fliegen. Ist ja auch eine Parabel, wobei ich das Buch unausstehlich fand. Da finde ich den Keim hundertfach besser oder tausendfach. Aber einfach, um aufzuzeigen, was für ein Potenzial in uns Menschen steckt, wozu wir fähig sind unter gegebenen Umständen. Und vor allem aber auch, man kann ja Versaustexte immer allegorisch, symbolisch, parabelhaft lesen, entfesselt sich dieses Potenzial im kollektiven Rausch. Wenn man angetrieben wird von einem fanatischen, wie besessenen Anführer, der einen immer wieder dazu antreibt und motiviert, sich auf diesen wehrlosen Menschen zu stürzen. Das versteht man nicht, wenn man nicht den Zeithintergrund berücksichtigt. Denn geschrieben ist der Roman 1940, also zur Zeit der Okkupation Norwegens durch die Nationalsozialisten. Und natürlich liest sich der Roman auch, wenn man so möchte, als eine Anklage gegen die Kollaborateure im eigenen Land, die sich gemein gemacht haben mit den Nazis, ihre Ideologie entweder übernommen haben oder hingenommen haben, mitgelaufen sind, keinen Widerstand geleistet haben, also eine kollektive Schuld auf sich geladen haben, so wie die Inselgemeinde hier. Genau, und die zweite Möglichkeit, der Keim ist, und in dem Kontext fällt das Wort auch ausdrücklich, der Beginn eines neuen Lebens, also quasi ein Wiederaufblühen der Seele nach der Schuld. Nachdem man Buße getan hat, sich reuig gezeigt hat, gesühnt hat, sich für eine Nacht in die Dunkelheit einer Scheune verkrochen hat, wo man dicht auf dicht mit den Schweinen in den Ställen herumgelegen hat, also im Grunde sich im Dreck gesuhlt hat, um, so paradox das klingt, sich reinzuwaschen, weil man doch gemerkt hat, mit dieser Schuld, mit dem, was davor gefallen ist, lässt es sich doch nicht so leicht leben. Es lässt sich jedenfalls nicht so leicht abschütteln oder ignorieren. Das passiert dann alles im zweiten Teil. Was nicht heißt, dass dann am nächsten Morgen, wenn ein neuer Tag anbricht, wieder alles beim Alten ist. Es bleibt ein Riss auf dieser Insel, in diesem harmonischen oder vermeintlich harmonischen Gefüge, über ein Riss, der sich auch quer durch die versehrten Seelen dieser Menschen zieht. Aber es ist doch wieder Hoffnung da am nächsten Morgen, dass man bald wieder, wird unbeschwert, leben können. Folgendes Zitat dazu. Am nächsten Morgen richteten sie sich wieder auf, innerlich gestärkt. Im Staub schien ein Keim verborgen gewesen zu sein, sodass man aufstehen konnte. Mit geklärtem Blick und man sah, wie ruhig und ungestört Leben und Tod in ihren Bahnen liefen.